Du sitzt hier unten und kommst einfach hoch und sagst, siehst du, ohne Hände wäre ich jetzt tot. Osten, was machst du denn? Genau, freut mich, dass man das hat. Ich hab das gemacht, aber guck mal, bis dahin weiter. Guck mal, Mama. Das darfst du gar nicht beachten. Die sind süß. Ja, die sind echt süß, die Binnen. Die sind halt Kinder, die wollen spielen und laut sein und sich jagen. Das war auch schön, sonst würden wir ja keine Filme für die Verlumpen machen. Also ich finde erstaunlich professionell, ganz ehrlich. Für den anderen ist das ja fast der erste Dreh. Der Juri ist richtig jemand, der dann schon richtig über den Charakter diskutiert. Wir als Erwachsene, wir krampfen uns dann unsere Rollen manchmal rein. Und so ein Kind macht es einfach so irgendwie scheinbar mit links. Das sieht sehr brachial aus, muss ich schon sagen. Aber ist ja nichts passiert. Wenn der davor war sozusagen zügiger, der kam ja ordentlich viel schneller raus. Und bitte nicht nachmachen, die Kinder. Jetzt sag mal, könnt ihr nicht aufpassen. Also entweder man hat es in dem Gefühl oder nicht. Jan, das schlägt bitte. Ja, die haben es genau nicht. Meine Lieblingsnudel ist die Spaghetti, weil sie am kompliziertesten zu essen ist und sich die meisten Leute unglaublich damit einsauen, wenn sie sie essen. Mann, Mann, Mann!